Streubombe wirkt irgendwie cool, aber Luftschlag ist, glaube ich, potenter. Wir nehmen mal den Luftschlag mit. Der Luftschlag ist die absolute Obermessage. So, und jetzt im Viererverband. Breach and Clear. Wie ist denn das so rot hier? Oh, 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 oh. Tatsächlich. Oh, Schande geschützt. Ist gerade nicht drin. Adler auffüllen. Machen wir später. Ja, ich mache den Adler so leer. Sehr unpräzise, dieser Präzisionsschlag. Oh, schön geöffnet. Gut gefunden. Flammenwerfer, nee, nicht gegen Roboter. What the heck? Also wirklich spritzen. Oh. Ja, was auch immer nötig ist. Das ist so wie der Drogenbuff bei StarCraft, bei den Space Marines. Damit sie schneller rennen und schießen konnten. Und das dann gepaart mit dem Godsheet. Das war lustig. Und die ganze Zeit. Dröhnt euch voll. Entdeckt kleine Sehenswürdigkeit. Äh, Maschinengewehr. Nein. Nein. Gucken. Wanderpillen. Kann man sich hochgletschen? Manchmal. Manchmal geht das. Haben wir ja gelernt. Hm. Nein. Treff ich nicht. Geht nicht. Ist ich drinne. Mit meiner Waffe. Da muss ich von hinten dann ran. Das ist natürlich unschön. Schon übel. Äh, oh, 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 oh. Hier vielleicht auf die Raketen noch. Das müsste man ein bisschen präziser ausprobieren. Sieht noch alles gut aus. Da kommt einer. Der kann ich umbringen. Braggar. Achso. Das ist ja hilfreich. Darf ich die mir nehmen? Er rennt ja weiter, ne? Dankeschön. Was tausche ich dagegen aus? Die Star Wars. Wichtiger, ne? Die Kleinen kriegen wir ja gut mit dem Liberator hin. Hm. Ich sehe nichts. Landungsschiff. Wo, 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 wo. Okay, hier. Äh. Nee. Kann ich nicht bestriken. Mann, Mann, hinter mir. Wow, ich war, hier war ja alles voll Granate. Für die Mannschaft, genau, da hinten. Block. Weg damit. Ist doch noch die Liberator, ne? Automatisch. War da noch wer? Kann ich das kaputt hauen? Ach ja, stimmt. Flugabwehrposition. Oh, dann kommen keine Transporter vielleicht mehr. Das ist sehr hilfreich. Geben Deckung. Hm. Kommt bestimmt gleich noch einer. Oder auch nicht. Wir können weiter. Moni. Neuer Klamm. Raketenangriff. Es geht los. Reject clear. Probe Pillchen. Hier vielleicht. Oh. Hat er schon geholt? Flott, flott. In die Hocke. In die Hocke. Immer schön in die Hocke. Nice. Nice. Höllenbombe ist da. Muss nur noch scharf gemacht werden. Deckung geben. Es dauert eine Sekunde. Wo schickt er ein Adler rein? Schauen ab. Adler. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Schande. Nur mit der Rayguard eliminierbar. Nice, Liberator. Ah, ne, das war nicht die Liberator, aber trotzdem effektiv genug. Fast leer, ne? Wie schön das Magazin der ist. Schön, ja, wir brauchen auf jeden Fall was dickes. Für Dingens. Für die etwas gepanzerteren Gegner. Weggefetzt. Können wir das einfach zerlegen? Das Stationchen. Haben wir die Quest abgeschlossen? Ja. Hat er getroffen? Flau auch mal. Oh, und wegen. Ist zu weit weg. Ist viel zu weit weg. Nein, stopp, vorsichtig. Orbital-Schlag. 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 Und booyah. Okay, das war, naja, halbes Teamwork. Also es war durch den Orbital-Schlag effektiver gestaltet. Okay. Aber es war letztendlich die Granate, die das Ding, naja, zerfetzt hat, ne? Werfe Vorratsmarke. Ich komm gleich, ne? Oh, da kommt wer. Oder? Nö. Von dahin vielleicht. Wir könnten die weglöten, wenn wir wollen. Lauf! Lock! Yeah! Laser. Oh, Laser, genau. Stimmt. Für die Freiheit. Ähm. Jetzt ist aber auch alle, ne? Allerdings. Rückstoßfreies Gewehr. Ja, das ist das, was ich schon mal hatte, ne? Hat er jetzt selber genommen? Ah. Hat er die Railgun behalten? Achso, das kann man nur einmal benutzen. Das war das einmalige, richtig? Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. Ich behalte die Railgun. Ich freue mich, dass ich die Railgun habe. Habe ich das jetzt gesagt? Schön, dass er was gefunden hat. Ach ja, Kompass. Stimmt. Das wird ja auf dem Kompass angezeigt. Das hatten wir gefunden. Ich komme. Geht klar. Kommen wir sofort wieder weg. Kohle. Uber Credits vielleicht. Seltene Ressourcen. Naja. Und Uber Credits. Medaillen. Äh, wir sind voll. Rein. In die Action. Los. Oh, Wacke. Was? Was war denn das? Das war doch gerade ein Querschläger, oder? Der von da hinten bis hierher gefriemelt ist. Für die Demokratie. Nur für die Demokratie. Rüber. Los. Nice. Da kommt einer. Da kommt einer. Granate. Hat er schon, ne? Weg hier. Schnell. Na. Sorry. 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 Ola. Ist da hinten noch was los? Ne, ne? Okay. Sieht sauber aus. Theoretisch. Ganz okay. Ich höre da was von da. Achso, da ist noch eine Station. Okay, ja. Schon mal was vorbereiten. Orbitalschlag. Aber nicht hinfallen. Und. Ah, klar. Und Geschütz. Wir haben es doch frisch getunt. Wir sollten es. Ne, wobei ich dafür, ne? Nicht dafür. Entschuldigung. Weitfehler. Ran, dran, dran. Sehr gut. Das ist was Positives, ne? Das ist Hellenbombe wieder. Das ist Hellenbombe. Es ist Hellenbombezeit. Richtig. Eigentlich. Das Silo. Hellenbombe. Hellenbomben. Ist schon okay. Hat sich schon einer drum ge... Steht sogar schon hier. Umsicht, ne? Ja, das kommt dann. Vorsichtig. Vorsichtig. Magazin wechseln. Geschütz. Sie. Aber lohnt sich das für so eine kleine Mufte? Aber, 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 vorsichtig. Weil das einer von uns? Ne, ne? Das war irgendein Roboter. Scharfschützer. Nachschub. Schön. Und die Raygun schön aufhalten, äh, aufheben für die Dicken. Da. Das sind Gegner. Soll ich die anpingen? Aber die können ja nicht rüber, oder? Da kriegen die doch einen Wasserschaden. Kann ich mir nicht anders erklären. Da, noch eine Fabrik. Oh. Okay. Stein, Stein. Und dann noch wer? Ja, da ist noch einer. Da war noch ein Ding ins... Da auch. Hilfe. Achso, das war die Bombe. Richtig. Orbitalschlag. Und mit der Raygun können wir auch noch ein bisschen was machen. Aber da ist keiner mehr. Oh. Ist das hier runtergekommen? Oh mein Gott. Das sind ja richtige Battlefield-Momente hier. Ich bin echt schwach. Das gibt's ja. Also hab ich schon... Also so eine fette Action schon lange nicht mehr gehabt. Aber wirklich. Oh. Alles cool. Raygun hab ich schon. Aber trotzdem danke. Die Demokratie dank. Proben einsammeln. Da kommen sie ja. Weiter geht nicht, ne? Richtig war das... Doch, das war ich. Verstärkung an. Wie viel sind tot? Anfrage bestätigt. Aber sowas passiert da. Raygun, jetzt. Hab ich ihn erledigt? Recht jetzt, ne? Durchladen. Also mit. Wir haben auch unseren Beitrag geleistet. Ulla! Zerlegt. Oh, da kommen die richtig dicken. Hey! Das hab ich gesehen. Das ist unser Stein. Ein freier Stein ist das. Komm um die Ecke, mein Freund. Komm um die Ecke. Nice. Durchladen. Spritze. Jetzt. Grafikfehler. Durchladen. Jetzt. Weißt du, wir haben auch noch Dinge, ne? Durchladen. Schön, schön. Die Raygun. Brauchen wir sie noch? Ich weiß nicht. Das Geschirr zwar vielleicht ein bisschen überflüssig. Aber hey. Aber hey. Geht das überhaupt? Okay, das ist ja gestorben. Durchladen. Durchladen. So, schön. Äh, Pistole. Ja, Pistole wär jetzt optimal gewesen. Da kommen wieder welche. Ran ans Geschütz sofort. Aber weiter komm ich doch. Ich komm weiter. Ich komm weiter. Weiter komm ich dich. Nein. Brauch Unterstützung. Und da hinten kommen noch welche. Durch den Kanal. Weg. Weg. Dich bitte. Oh, Entschuldigung. Da war einer. Aber ich hab ihn nicht getroffen. Alles schön. Alles schön. saubere Arbeit. geschützi. Und da noch wer. Irgendwas kommt da. Schön über den Bergkampf schießen. Oh, Backe. Oh, Backe. Wie gut. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt irgendwas erreiche. links. Da habe ich gerade wen gesehen. Ihr auch, ne? Drückt jetzt auf den Like-Button. Wenn ihr da irgendwen gesehen habt. Am besten dreimal. Nicht zweimal. Zweimal bitte nicht. Dreimal. Wir können, ne? Ja. Gut. Durchladen. Und ran. Ist die Raygun durchgeladen? Ja. Da ist auch die. Oh, 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 Raygun. Normale Gun. Hocke. Und da oben noch. Und da noch. Da legt sie. Okay. Hab ich mir fast gedacht. Block. 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 Nice. Sag mal, verfluchter Terminator. Der ist von uns, ne? Ja, das J2. Gute Arbeit, J2. Schlage J2 vor. Für einen Oscar. Naja, irgendwann muss man das Geschütz mal setzen. Da, rechts von uns. Aber sind normale nun, ne? Es war wirklich leer. Drauf halten. Drauf halten. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Raygun. Raygun. Durchladen. Alles cool. Schön. Oh, da kommt noch ein Landungsschiff direkt zu uns, oder wie? Oh, hat er zerlegt? Das ist eine Frage, die ich mir beantworten wollte. Ist hiermit beantwortet? Man kann sie vom Himmel holen. Man kann. Raygun, jetzt. Na. Block. Rausgeholt. Ich brauche eine Raygun. Habe ich das schon mal erwähnt? Schande, jetzt ist er aufgeladen. Jetzt muss ich es durchziehen. Geschütz sieben. Äh, noch nicht. Aber der Adler. Ich komme, ich komme, ich komme. So, ist gut. Und da hinten. Kann ich hier noch was zerkloppen? Ich hätte auch gerne mein Geschütz hier. Aber nein. Äh. Nein. Nein. Da hinten, da ist doch ein Landungsschiff. Weiß ich nicht. Ankunftszeit D-3. Herr, bitte Luftunterschützung. Demokratie im Anmarsch. Komm schon. Das war doch noch nicht alles. 43 Sekunden bis Geschützi. Kann ich leider nicht beschleunigen. Oh, oh, da kommt ein dicker Raygun-Time. Oh, Block. Habe ich erwischt? Ja, irgendwas habe ich erwischt. Adler. Oh, oh, durchladen. Schnell. Die Raygun, ja, für die Dicken. Wir müssen gut gepanzerte Gegner eliminiert können. Das war großartig. Wirklich großartig. Sehr schön. Da ist noch einer. Ich habe ihn noch erwischt. Das ist die Hauptsache. Ja. Für Übererde. Operation abgeschlossen. Mal gucken, ob wir das Team mit rübernehmen können. Zum Planeten der Arachnoiden. Oh. Neue Schwierigkeit freigeschaltet. Schwer. Na gut, aber anspruchsvoll ist schon voll in Ordnung. Wir haben echt viel bekommen. 32 Medaillen. Wahnsinn. Wir müssen aber nach Angels Venture. Hier. Das Gruppenziel, das wartet auf uns. Können wir irgendwas Neues mitnehmen? Raygun. Da. Ja, aber können wir sowieso noch nicht mitnehmen, ne? Neue Geschütze oder so. Ich nehme auch zwei Geschütze. So ist es nicht, ne? Schwere MG-Stellung. Orbital Gasangriff. Orbital EMS Feuer. Vorratspaket. Granatwerfer. Laser Kanone. Haben wir, haben wir, haben wir. Schwere Entscheidung, ne? Adler Luftschlag. Streubombe. Streubombe wirkt irgendwie cool, aber Luftschlag ist, glaube ich, potenter. Wir nehmen mal den Luftschlag mit. Das wirkt ganz cool, muss ich sagen. Können wir noch mehr kaufen? Noch nicht, ne? Ab der nächsten Runde. Oh, okay. Die sind durch, weil die Operation abgeschlossen ist, ne? Na ja. Ist okay. Ist in Ordnung. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen Zeit zum Entspannen. Wir können ja dann eine neue Operation auf Angels Venture starten. Hätten ja ruhig mal Tschüss sagen können, ne? Okay. Puh. Wow. Das war episch. Das waren jetzt großartige Runden. Wir könnten es schwer probieren. Aber natürlich erst mal im Team. Äh. So. Gucken wir mal hier, ne? Helmchen. Ja. Ist nur dekorativ. Hatten wir ja geklärt gehabt. Dieser Helm ist nur dekorativ. Und hier hatten wir auch alles mitgenommen, was wir mitnehmen wollten. Aber wir sind ja gezwungen. Wir sind ja gezwungen, um hier weiterzukommen. Ne? Richtig. Müssen wir auch. Ja. Da müssen wir auch ganz andere Dinge hier freischalten. Defender. Was war denn das bitte? Maschinenpistole. Okay. Leichte Panzerdurchdringung. Uh. Auch gegen die etwas dickeren. 15. Hm. Hm. Ah. Hier. Vollständig mit Munition aufladen. Die beiden Sachen sollten wir uns holen. Aber das hier ist auch ganz fett, das Teil, oder? Verringert den Rückstoß. In der Hocke. Und erhöht das anfängliche Inventar und die Tragekapazität von Granaten. Hm. Ja. Aber hier sind wir halt voll. Dann sparen wir uns die ersten Granaten für Nachschub und so. Aber das ist eine neue Rüstung. Keine Boni. Keine Boni. Also erst mal die Knarre. Also erst mal die Knarre. Das ist eine Maschinenpistole. Wir sind... Wir sind ein großer Fan von schnell schießenden Waffen. Und dann... Ja, doch hier. Das hier, ne? Das und den Helm. Auch wenn er nur optischer Natur ist. Oder haben wir hier schon was freigeschaltet? Oh, wir könnten auch... Nee, können wir noch nicht. Entschuldigung. Übereifer wieder. Jutsch. Dann... Das Dingens. Grabeningenieur. Grabeningenieur. Schön gepanzert. Geschwindigkeit noch in Ordnung. Aber nicht ganz so schnell wie bei den anderen. Und dann hier. Naja, oder wir nehmen den orangenen Mantel. Ähm. Oder den Helm. Weißer Helm. Orangene Rüstung. Orangene... Umhang. Das sind schwere Entscheidungen. Die wir treffen müssen. Aber der Helm ist schon fett, ne? Ja. Der ist schon... Der ist schon nicht schlecht, gell? Ja, aber dann sind wir auch pleite wenigstens. Ist okay. Ich nehme den Helm. Und jetzt könnten wir uns auch hier austoben. Gut, gut, gut. Breaker. Schrotflinte. Ja, aber Schrotflinten. Ich weiß ja nicht. Was ist denn heute im Uberstore los? Das kennen wir ja schon. Und Kohle kaufen? Nein. Das machen wir nicht. Wir wollen uns jetzt... Umziehen wollen wir uns. Das kann man auch kurz vor einer Mission machen. Und wir wollen auch hier... Diese Maschinenpistole mitnehmen. Wegen der leichten Panzerdurchdringung. Ach, die haben wir hier auch. Na gut, aber trotzdem. Einhand? Wait, what? Können wir dann... Weiß ich nicht. Irgendwas anderes noch in der Hand halten. Ich nehme sie mal mit, ne? Jetzt haben wir sie uns geholt. Jetzt wollen wir sie auch ausprobieren. Hier die Uzi weiterhin. Und hier diese Granate. Hochexplosiv. Ja, machen wir. Zurück. Ausrüstung. Das Neue, bitte. Das Mittel. Ja, hatte ich mir auch fast gedacht gehabt. Gut, solide Helmchen. Natürlich auch hier den Helm. Äh, den neuen Helm. Und wir bleiben bei diesem Umhang. Wobei, jetzt schneidet sich das Gelb und das Orange. Dann weniger Geld, bitte. So wird ein Schuh draus. Uh! Wie ein militärischer Superheld. Es ist doch jetzt nur noch diese Challenge, ne? Ja. Wir müssen Angels Venture befreien. Aber das erste Mal am besten. Jetzt hier anspruchsvoll erst mal gegen Arachnoiden. Wir hatten jetzt anspruchsvoll gegen Roboter zweimal. Und jetzt wollen wir anspruchsvoll im Team gegen die Arachnoiden. Die Tyraniden. Nicht, dass es da GEMA-Probleme gibt oder so. Wir starten eine neue Mission. Oder ist das schon irgendwas? Was Kleines? Wertvolle Daten beschaffen. Ich meine, wir könnten ja auch schwer, ne? Aber erst mal müssen wir uns auch mit den neuen Waffen einspielen. Ist richtig was los, ne? Hoh! Säure-Titan eliminiert. Naja, gut. Warum nicht? Wir gehen mal rüber. Anspruchsvoll im Team gegen den Säure-Titan. Aber es ist keine Operation. Es ist nur eine einzelne Mission. Mal gucken. Und es ist schon wieder verdammt dunkel. Na Mensch. Ich lasse das auch mal aus hier, ne? Lock. Ich bin leider noch nicht ganz voll. Ich hab... Liebe optische Werte. Waltenassen. Deswegen hab ich meine Medaillen für was anderes ausgegeben. Aber wie findet ihr den Helm? Ach, guck mal. Du hast den gleichen. Aber den orangenen brauchen wir auch noch, ne? So, Stallwatch. Und die neue Maschinenpistole grunde einstellen. Zeig mal. Hm. Ja. Ah. Ah. Jetzt verstehe ich Auto. Wenn du zielst, geht das Licht an. Und dann ist sowieso Remi Demi. Also ist Auto immer die bessere Wahl. Ich verstehe. Äh. Ja. Auch hier bitte Auto. Auto. Da ist Party oder wie? Boom. Ja. Sauber. Wow. Das hat mich fast getötet. Ich bin sehr überrascht. Ich muss ganz kurz mich spritztechnisch wieder auffüllen. Da liegen noch Spritzen. Gebiet gesichert. Ist doch... Vielleicht gar nicht mal so verkehrt, wenn ich hier meine Tageslichtlampen ausmache, weil dann sehe ich auch ein bisschen mehr. Ich habe mir die Videos schon angeguckt auf dem normalen Fernseher. Äh. Wirkt das heller als bei mir gerade. Aber jetzt geht's, ne? Also die neue Maschinenpistole ist wirklich nicht verkehrt. Vermerkt. Oh, oh. Wer kommt da? Wer kommt da? Stallwatch jetzt. Ja. Geht in Ordnung. Und Block. Zerfetzt ihn. Willkommen. Nice. Geschützi. Ja, gleich wieder. Ich muss erst mal gucken. Der krabbelt noch. Was war denn da los, Mann? Und die hat gerade der eine den anderen weggespringt. Ich war nicht beteiligt. Und hat sich dann entschuldigt. Sorry, Bro. Das sollten wir uns merken. Das werden wir in Zukunft auch noch öfters eintippen. Spritze. Neue Spritzen mitnehmen. Aber wir sind ein bisschen versprengter. Ganz klar, ein bisschen. Er läuft da unten rum. Aber ich bleib bei diesem Team. So. Stinkt ein bisschen. Stallwatch. Runter da. Da war noch der ganze Armee. Wir nehmen mal den Luftschlag. Auf Spaß. Luftunterstützung für alle. Oh, ja. Oh, Packe. Ja, das ist gut. Das sollten wir öfters dann einsetzen. Nein. Geschützter brauchen wir jetzt nicht mehr. Starwatch. Noch ein drittel Magazin. Gute Idee. Hat er vielleicht nicht so nah ran. Gibt auch noch größere Orbitalschläge offensichtlich. Oh, von dem Luftschlag haben wir nicht so viele. Ich schmeiß' das rau. Oh. Hey. Wo kam das denn her? Ich hab' den Marker gar nicht gesehen gehabt. War das noch Teil von dem großen Armee? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Meine Stallwatch. Wo ist meine Stallwatch? Die muss gleich hier sein, ne? Ja. Irgendwo hier, da liegt meine Stallwatch. Dankeschön. Defender. Stallwatch. Und Action. Ja, ran. In der Hocke schießt richtig. Da war was. Temporärer Durchbruch. Auf der linken Seite. Uh. Was? Ionenstrahleinsatzbereit. Warte, was? Was ist denn das mal wild geiler? Schniesel, ey. Ich werd' ja nicht mehr. Okay, irgendwer ist gestorben. Hm. Immer noch. Alles cool. Alles cool. Oh, 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 oh. Wow, stopp. Nein. Renne, renne, renne. Spritze. Spritze. Pistole. Oh, nein. Wow, das kam. Alles sehr plötzlich. Moni. Stallwatch. Nicht vergessen, das erste Mal anspruchsvoll gegen die Arachnoiden. Das ist schon ein kranker Shed, Mann. Oh, das ist ein... Oh, Mann. Ne, warte. Falsches Spiel. Auf den Sack, Mann. Auf den Sack. Geschützturm. Ja, damit der die ganze Zeit beschäftigt ist. Wir benötigen hier ein Geschütz. Jetzt, Sir. Wie weit wir geworfen haben. Schick ein Adler rein. Mhm. Streubombe. Aber da hinten die, ne? Ja. Schande, renne, renne, renne. Ist er tot? Doch nicht jetzt gleich. Aufhalten. Uh. Auf den Sack, Mann. Du Flummi. Oh, oh. Ist down, ne? Aber auch ziemlich geil hier auf anspruchsvoll. Na gut. Draufhalten, draufhalten. Ich stecke euch die Freiheit. Alles cool. Aber hätte man jetzt auch mit der anderen lösen können. Aber es ist ja die Star Wars. Die kann man ja im Rennen nachladen. Nice. Letztes Nachladen. Ja. Was muss, das muss. Unterstützung. Einmal Panzerabwehr. Kommt da was Dicke? Ist da hinten. Ist möglich. Ist verdammt vermöglichbar. Ne? Ist ja deine, ne? Okay. Ich will auch einen Luftschlag da reinballern. Der kommt ganz schnell. Zack. Ja. Oh. Der Luftschlag ist ja wirklich die absolute Ordnung. Super Message. Nachschub. Wir können nachladen. Alles nachladen. Mhm. Dankeschön. Gar mit Nebspritzen vielleicht. Weiß ich nicht. Da hinten. Da ist ein ganz Dicker. Geschützt, ja. Hätten wir auch drauf warten können. Stimmt. Da hat er einen Punkt. Aber ich muss da reagieren. Der hätte auch rüberfliegen können. Es hätte eine tödliche Welle oder so sein können. Was müssen wir eigentlich machen? Den Säure die Taten zerlegen. Na gut. Dann machen wir das. Wir sehen überhaupt nichts hier. Wie geil. So. Da kommt wer. Da kommt wer. Oh, 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 oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Es gepanzert, ne? Ich verstehe. Keine Chance. Da. Einmal benutzt Gewehr. Nämlich. Und dann wieder Stalwart. So, Block. Oh nein, nein. Alles cool. Offen sagt genau hinten. Ich war das, ne? Unter anderem. Das ist eine Teamleistung. Großartig. Vielen Dank. Ja, sowas brauchen wir offensichtlich auch. Geschützi. Noch vier Sekunden. Na hoch hier, Junge. Ungünstig. Stalwart ist auch leer. Es tut mir leid. Sie kommen. Na. Von rechts. Oh, wie Teilschlag. Offen sagt mal, ja hinten. Da, wo es glüht. Also theoretisch ist das, was ich meine. Das ist ein bisschen heller als überall sonst. Na, wie sieht's aus, hm? Habt ihr Bock auf einen Orbitalschlag? Vielleicht. Wo ist denn mein Team? Da. Durchladen. Erstmal zu Ende durchladen. Durchladen, habe ich gesagt. Er lädt nicht nach. Er lädt nicht nach. Er lädt nicht nach. What the heck? Warum nicht? Aber ich hatte doch Munition gehabt, oder? Wir überprüfen das gleich. Wir sind gleich da. Nach einer kurzen Unterbrechung. Ulla! So schön. Der Luftschlag ist die absolute Obermessage. Oh, das ist eine echt fette Rakete, die er da hat. Zwei Stück gibt's da, okay. Durchladen, bitte. Er lädt nicht mehr nach. Mein Nachladen funktioniert nicht mehr. Das ist ein Bug, ne? Das ist ein Bug. Verflucht. Oder lag's an mir? Ich weiß nicht, wo er ist. Also, ich hab's gestern noch gewusst. Okay. Gut. Wir müssen uns mit unserem Team formieren. Ich roll einfach rüber. Spritz. Renne. Unser Team ist da. Aber ich darf ihn auch nicht im Stich lassen, ne? Aber die Starboard ist nicht leer. Die halten wir jetzt schön drauf hier auf den Haufen Granate, Mann. Ulla! Oh ja, genau. Ein Team-Member ist tot. Geschützt. Oh, Backe! Ein Ultra-Zie-Titan. Nein, falsches Spiel. Ist er down? Ne. So leicht ist der nicht down. Durchladen. Ah! Durchladen, hab ich gesagt. Und danach Spritze. Ist drinne. Ist drinne. Spritze. Brenne. Lenny! Oh, genau. Oh, Gott, wie gut! Ist er tot? Ja. Ich brauch diesen Laser. Wir brauchen alle diesen Laser. Ich denke, das ist ein guter Anfang. Hoch da. Oh, Lenny. Tut mir leid, tut mir leid. Oh, Gott. Oh, hi. Wie geht's euch, ne? Jetzt kann ich da auch gerade Hilfe. Spritze. Uh. Sehr uncool. Verschoss in den eigenen Reihen. Im Eifer des Gefängtes kann das mal vorkommen. Oh, das ist ja... Es wird immer besser. Von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad. Muni, alle. Also, solange ich überhaupt nachladen kann, ist das schon in Ordnung. Alle sind da. Verstärkung! Verstärkung! Ist okay. Mhm. Doppelte Verstärkung. Wenn jemand will, kann er jetzt sterben. Ich glaub, dann kommt er gleich runter. Lineares Orbitalsperrfeuer. Wo genau? Wo genau? Oh, wie fett, ey. Geschütz. Ich glaub, das war's doch nicht, ne? Oh, warte mal. Da hinten ist noch mehr. Ich brauche... Muni. Ist grad nicht drin, ne? Ich hab niemanden umgebracht. Niemand ist wegen mir gestorben. Willst du nicht mitnehmen? Mach das. Kannst du auch mal einen Kaffee oder so gönnen? Oh. Lenny. Block! Verlegt! Durchladen! Ich hab grad keine andere Waffe. Er hat es auf mich abgesehen. Na dann. Da vor dir. Pass auf, er ist AFK. Lenny ist... Alle sind AFK. Oh nein, mein Internet. Oder... Oder die Server. Oh nein. Wobei, er ist auch noch da, ne? Wir sind beide noch hier. Ist gut. Na, Palm. Wir sind da... Die wurden getrennt, wurden die? Keine Ahnung. Vielen Dank, dass du noch da bist. Die sind raus, ja? Wir müssen halt jetzt durchziehen. Doch, Moni. 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 Hier schützt top, ja. Gute Idee. Hier, irgendwo dahin. Oh. Oh. Brenne. Krank. Man einfach nur krank. SOS Barke könnte man jetzt werfen, ne? Aber ich bin nicht der Team Lieder. Oh, oh. Letztes Nachladen. Alles cool. Perfekt. Also habt ihr das gesehen? Das war ja fantastisch. Da liegt noch was zum Mitnehmen. Ist leer. Ungünstig. Star Wars. Zurück zur Star Wars. Oh, 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 oh. Alles cool. Wohne das Vorrede an. Ja, genau. Oh, 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 oh. Oh Gott, es wird immer besser. Es wird immer besser. Die Star Wars bereit halten. Okay, ist durch. Moni. Star Wars. Durchladen. Hey, nur lad schon durch. Es wird immer besser. Ich brauch jetzt das hier. Durchladen. Bis zum Ende. Oh Gott, das war göttlich. Das war das Beste, was ich heute erlebt habe. Star Wars. Da kommen sie. Wir müssen das jetzt durchziehen. Wir haben noch 22 Minuten, aber allein für die Erfahrung. Oh nein, stopp. Wow. Ich muss mich fokussieren auf. Ich konnte nicht anders. Ich musste dich direkter platzieren. Ah. 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 Wo kommt der denn jetzt her? Alter, schweb. Ja, eine Million oder was? Spritze. Okay. Irgendwas ist hier gerade ganz gewaltig. Ich habe schief... Ah, er hat geschrieben, ne? Und wir haben keinen Mutfix dabei. SOS, Matt. Wir müssen doch nur ein SOS werfen. Äh. Aber... Ich will ihn am besten das Ding an den Hintern haften. Aber es geht nicht, weil mein Kollege hier gerade ist. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Alles cool. Kann ich nachladen. Ich werde schon wieder leer. Durchladen. Da haben wir noch Magazine. Das sieht schlimm aus. Schlimmer als jemals zuvor. Am besten nicht gleich den Team-Mate wieder töten. Weg, 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 weg. Wir werden nur noch getrieben. Wir werden nur noch getrieben. Das ist so ganz anders hier auf anspruchsvoll. als gegen die... Roboter. Ah! Schande. Weg, weg, weg. Sein Po. Oh nein. Nein. Vom Teamkollegen erledigt. Aber er wirft doch bestimmt gleich die Granate, ne? Verstärkung bereit. Das war... Oh. Ja. Verstärkung wurde losgelegt. Ja. Aber... Das war's. Es war eine wirklich coole Session. Sie hat uns das fürchten gelernt. Können wir nicht gleich da wieder ansetzen? Ach nee. Das war ja sowieso nur eine Mission, ne? Ja. Naja. Was ist eigentlich mit schnellem Spiel? Bleibt er auf der Schwierigkeitsgrad erhalten? Ich muss mir aber das Symbol hier einprägen. Anspruchsvoll Tier. Orange mit einem Zipfelchen schon mal in der Mitte. Also ein kleines Dreieck auf dem orangenen, braunen, Grund. Jut. Ja, es ist halt doof gelaufen. Aber das Spiel wird auch gerade von Spielern überflutet, Mann. Das ist wahrscheinlich das beste Spiel aller Zeiten. Höchstwahrscheinlich. Aber diese Entscheidung überlasse ich den Profis. Ja, mach mal. Oh, SOS Barke. Genau. Einfach irgendwo rein. Genau. Das würde ich auch mal machen. Es geht dann einfach los, ne? Ja, wenn es funktioniert. Drei, zwei, eins. Oh, das ist ja super. Den Bug hatte ich auch noch nicht. Ich komme hier nicht raus. Ich hänge hier hinten fest. Könnt ihr mich nach vorne beamen? Wie gut. Also, ich habe jetzt das schnelle Spiel ausprobiert gehabt. Da werden nicht nur SOS Barke-Missionen zugeteilt, sondern auch ganz normale Missionen mit einer wartenden Lobby. Und da wurde ich jetzt gerade in eine Mission mit einem einfachen Schwierigkeitsgrad geworfen. Und das wollte ich uns jetzt ersparen. Ich werde gleich nach vorne gebeamt, oder? Einkaufen können wir auch gerade nicht. Nehmt ihr mich mit? Ruft ihr mich an? Oh mein Gott, ich bin in einem anderen Spiel gelandet. Wie schön. Das hat jetzt überhaupt nicht lange gedauert. Wir sind unterwegs. Ausrüstung kann die gleiche bleiben. Wir spielen auf Anfordern. Ne, wie hieß das nochmal? Herausfordernd. Anspruchsvoll. Genau. Es ist eine anspruchsvolle Mission in einem Viererteam. Gurt. Hier. Aber... Ja, da sind keine Gegner. Stimmt. Hier. Es sind noch nicht alle drin, deswegen kannst du nicht klicken. Nicht rechts klicken. Wir haben alle den Fehler gemacht. Mindestens ein Mal. Ich nehme beide Adler mit, die Stallwatch. Und ein göttliches Gatling-Geschütz. Oh, hier ist noch was Spezielles. Booster, okay. Und hier kommen noch passive Buffs dazu. Wir sind bereit. Nicht zu töten. Arachnoiden. Sie müssen eliminiert werden. Und Likes erwähnen. Das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback. Und zwar von euch. Wir sind bereit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017